Erik Harms, Doppelsieg gegen die Mainz Athletics, aber heute habt ihr das spannend gemacht. Ja, es war nicht leicht. Der Lenny Stöcklin hat ein gutes Spiel geworfen, hin und her, hin und her und dann zum Glück ist es dann gut ausgegangen. Ihr seid immer dran geblieben und am Ende dann im neunten Inning. Du mit dem Walk-Off-Homerun hier mit Zuschauern im Stadion. War sicher ein geiles Gefühl. Ja, du sagst es. Echt ein geiles Gefühl mit den Zuschauern, die heute da waren an so einem perfekten Tag. Sponsor-Day für den Guggenberger. Du kaufst für eine neue Cap. Prost. Besser konnte ich es mir nicht vorstellen. Noch mal kurz zurück. Blick auf nächste Woche jetzt. Es bleibt ja weiter richtig spannend. Heidenheim auch wieder zwei Siege gefeiert an diesem Wochenende. Die bleiben vorne mit drin. Ihr seid weiter gleich auf nächste Woche. Vielleicht die Vorentscheidung dann um die Südmeisterschaft. Ja, nächste Woche wird echt extrem spannend. Wir wissen, was wir diese Woche zu tun haben. Wir wissen, wie wir spielen müssen, dass wir alles geben müssen. Und dann schauen wir, dass wir unser bestes Spiel bringen am Wochenende. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für nächste Woche. Greift an, zeigt den Heidenheimern, wie es läuft. Danke dir, Eric. Das machen wir. Dankeschön.